Weitaus rockiger tönt es vom Weibels erster Langspielplatte Schwarze Energie. Für die Präsentation ließ sich Peter Weibel etwas Besonderes einfallen. Ich habe diese kleinste Schallplattenpräsentation, der wählt in einer Telefonzelle, deshalb gewählt, weil auf unserer LP Schwarze Energie beschäftigen wir uns mit dem über Telefon vermittelten Sex, wie er sich in Zeitungsanlosen niederschlägt. Dieses Musikstück über telefonisch vermittelten Sex kann man deswegen auch nur über Telefon hören. Und zwar eine Woche lang unter der Nummer 93 38 654 können Sie rund um die Uhr, wie es auch im Sexgeschäft der Fall ist, rund um die Uhr können Sie eine Woche lang diese Nummer Sex in der Stadt hören. Sex, Sex, Sex in der Stadt steht in jedem Blatt, Sex in der Stadt, Sex in der Stadt, Sex in der Stadt. Sex, Sex in der Stadt steht in jedem Blatt, Sex in der Stadt, Sex in der Stadt steht in jedem Blatt, Sex in der Stadt, 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 hat er schon gehört? Nebenschon, 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 Vielen Dank.